Babypuppen Da sind wir. Wartesonnenschein. Zuerst die Decke. So. Na komm, mein Schatz. Babytasche. Und unsere Spielzeugkiste. Hallo, Freunde. Heute wollen Babyborn und ich im Garten spielen. Ich habe für Babyborn eine Tasche gepackt. Da ist alles drin, was wir brauchen. Kleider, Windel, Latz, Wasser und was zu essen. Jetzt bauen wir unser Spielzeugdorf auf. Los geht's! Das ist das letzte Teil. Die Gleise sind fertig. Eine Haltestation. Und das ist eine Scheune. Wenn man die Karotte runterdrückt, dreht sich das Windrad. Und wenn man auf den Knopf drückt, geht der Hühnerstall auf. Wir haben die Gleise gebaut und Gebäude aufgestellt. Babyborn. Und wer fährt auf diesen Gleisen? Aha. Das ist ein Lieferwagen. Und wer ist der Fahrer? Das Schweinchen. Aber das sind doch Gleise. Und Lieferwagen fahren nicht auf Gleisen. Lieferwagen, Lastwagen, Busse und Autos fahren auf Straßen. Babyborn sucht ein anderes Spielzeug. Hm, was hast du denn da? Das ist ein Flugzeug. Und wer fliegt dieses Flugzeug? Die Kuh ist der Pilot. Uh, wie du siehst, fliegen Flugzeuge in der Luft. Sie fahren nicht auf Gleisen. Na, wer kann denn dann auf diesen Gleisen fahren? Schau, was ich hier habe. Das ist ein Zug. Und das Häschen? Ist der Lokführer. Los geht's, Häschen. Dieser Fahrgast hat ein Ticket gekauft. Steig ein. Der Zugführer steuert die Lokomotive. Die Fahrgäste nehmen im Waggon Platz. Die Fahrgäste nehmen im Waggon Platz. und das Häschen? Und das? Das ist ein Zug. Die Fahrgäste nehmen im Waggon nach Gleisen. Gefällt's dir? Möchtest du auch mit dem Zug spielen? Schub's ihn an! Freunde, wenn euch unser neues Spielzeugvideo gefallen hat, dann drückt bitte auf Like. Tschüss! Komm Sonnenschein, wir essen eine Kleinigkeit. Danach können wir weiterspielen.